hallo servus bei zuhause unterwegs heimat neu entdecken heute wieder einmal aus der oberpfalz und zwar aus dem landkreis schwandorf ich bin in der nähe von der ortschaft teunz und hier gibt es die burgruine wildstein oder auch wildenstein genannt kommt einfach mit mit mir schauen wir uns mal was da was zum sehen gibt bei der ortschaft wildstein gibt es direkt am waldrand einen kleinen parkplatz von da aus geht es den berg hoch durch den wald es sind nur 200 meter vielleicht weiter ist es nicht und dann erreicht man auch schon die bergkuppe mit der lichtung auf der sich die burgruine befindet die bergkuppe ist übersät mit granitblöcken und da schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen um was wir da alles entdecken so Musik 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 Ja, das war's also jetzt von der Burgruine Wildstein. Von der Burg selber ist leider nicht mehr viel erhalten. Darum wird sie auch als Burgstallwildstein bezeichnet. Dafür entschädigt aber die Landschaft da herum ein traumhaft schöner Ausblick, wunderschöne Felsen. Leider fängt es jetzt ein bisschen an zu regnen und darum mache ich mich jetzt wieder auf den Weg zurück ins Tal und sage Servus bis zum nächsten Mal. Musik Musik